Frank lebt in Südamerika und hat uns angeschrieben. Er hat gesagt, dass er Probleme mit seinem Bankkonten hat und uns gebeten, dazu mal ein Video aufzunehmen. Lieber Frank, das machen wir natürlich gerne. Zunächst mal möchte ich an dieser Stelle kurz sagen, wenn du zu einem bestimmten Thema ein Video möchtest, dann geh zu unserer Webseite perspektiveausland.com. Dort gibt es im Futter der Webseite einen Link, wo du ein Thema vorschlagen kannst. Ich bin dir sehr dankbar für deine Vorschläge. Alle Videos, die wir hier aufnehmen, praktisch zu 100 Prozent, sind Inspirationen, die wir aus der konkreten Beratungspraxis erhalten haben oder aber Vorschläge, die Zuschauer und Zuhörer gemacht haben. Also bitte, wenn dich ein bestimmtes Thema interessiert, was mit dem zu tun hat, was wir hier so regelmäßig auf diesem Kanal besprechen, lass es uns wissen. Füll das Formular aus, schreib uns eine E-Mail und wir werden uns das gerne anschauen. Schauen wir uns zunächst mal an, was Frank uns geschrieben hat. Das Ganze ist natürlich anonymisiert, ist ja völlig klar. Seine Frage ist, was ich nicht verstehe ist, und dies ist die Frage, wie belegt Andrew Henderson Banken, dass er nirgendwo steuerpflichtig ist? Buenos Dios. Andrew Henderson von Norman Capitalist redet gern von seinen drei Wohnsitzen, Malaysia, Kolumbien und Serbien oder Georgien. Und dass er in keinem länger als x Monate ist, sodass die Steuerpflicht nirgendwo anfällt. Klingt so einfach. Ich lebe derzeit in Lateinamerika. Ich miete eine Wohnung und habe keine House Bills in my name. Deswegen schloss Gold Money seinerzeit mein Konto. Also das, was in Singapur Dormand genannt wird und dort nun ebenfalls passierte. Ich bin seit 14 Jahren Kunde bei einer der drei Singapur-Banken und die haben den Nerv, mich mit Geldwäschern zu vergleichen. Gleichzeitig sind sie komplett unfähig, unterstützende Informationen, wie meinen Mietvertrag zu verstehen. Im Reisepass steht eingetragen Land und Stadt, was nicht genügt. Ich überlege bereits, irgendwo ein Haus zu kaufen, nur um eine feste Postadresse zu schaffen, samt monatlicher Rechnungen. Du gehst echt gaga. Das Konto ist nun zwei Jahre Dormand und erst eine Anfrage- und Postfacheinrichtung bei der MAS führte zu dem Versuch einer Lösung. Ich bin noch dran. Was ich nicht verstehe ist, und dies ist die Frage, wie belegt Andrew Henderson Banken, dass er nirgendwo steuerpflichtig ist? Diese Singapur-Bank behält von Zinsgutschriften einen Teil zurück, was ich hinnehme. Eine andere Bank in Singapur schreibt Zinsen 100% gut, wie alle anderen Banken auch. Wenn Banken zurückhalten, wollen sie aktiv abführen. Früher waren Banken allesamt so, dass sie es bei mir ließen, ob ich die Steuer zahlte oder nicht. Das scheint langsam vorbei. Schickt Henderson also Passkopien mit Einreise- und Ausreisestempeln? Braucht er anzugebende Steuernummern von seinen Ländern? Kannst du vielleicht einmal über die nötigen Nachweise reden? Ja, lieber Frank, das machen wir natürlich gerne. Also zunächst mal kurz zum Verständnis, wer ist Andrew Henderson? Andrew Henderson ist Gründer von Nomad Capitalist. Ein ganz toller Kanal, kann ich dir auf jeden Fall nur empfehlen. Sehr ausgerichtet auf ein amerikanisches Publikum, muss man sagen, aber dennoch extrem hilfreich. Sehr interessante Videos, sehr lange etabliert, sehr erfolgreich. Also sehr interessant. Nomad Capitalist unterstützt Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, zweite Staatsbürgerschaften zu erhalten, Konten im Ausland zu eröffnen. Andrew Henderson spricht auch regelmäßig über sein eigenes Setup und er redet häufig über dieses Modell, was er Trifecta nennt, wo er eben drei Wohnsitze in drei Ländern hat. Ich habe ja auch schon ein ähnliches Video zu diesem Thema gemacht. Das habe ich genannt, vom Lifestyle von Hochsteuerstaaten zu profitieren, ohne die hohen Steuern zahlen zu müssen. Und da geht es genau darum. Nun, Frank, wie macht Andrew Henderson das? Also ich kenne Andrew natürlich nicht und er hat auch nicht gesagt, wie er es konkret macht. Aber ich kann mir vorstellen, wie er es macht. Ich kann dir nämlich sagen, was ich unseren Mandanten empfehle. Details dazu, wie gesagt, in dem Video, was wir auch gerne hier nochmal verlinken werden. Das Modell ist also grundsätzlich für alle Personen geeignet, die jetzt nicht wirklich an einem Wohnort fest sich aufhalten wollen. Jeder ist unterschiedlich. Es gibt ja Menschen, die sind gern das ganze Jahr an einem Ort. Vielfache ist das natürlich gegeben, wenn man Familie hat oder auch wenn man Haustiere hat. Andere sind gerne reisend. Bei wieder anderen ist es so ein Zwischending. Natürlich, man reist gerne, aber man muss schon eine feste Basis haben. Das Trifecta-Modell oder das Drei-Staat-Modell sieht im Grunde genommen vor, dass man Wohnsitze in drei Ländern hat, an die man regelmäßig zurückkehrt, aber wo man sich nie lang genug aufhält, um dort eine unbeschränkte Steuerpflicht auszulösen. In Deutschland ging das natürlich nicht, weil in Deutschland hängt die unbeschränkte Steuerpflicht am Vorhandensein eines Wohnsitzes. Also auch wenn du nur zehn Tage in Deutschland bist, wenn du dort einen Wohnsitz hast, zahlst du Steuern auf dein weltweites Einkommen. Also Deutschland geht hier definitiv nicht. Aber die Länder, die Frank gerade angesprochen hat, hier im Kontext von Andrew Henderson oder auch Länder wie Spanien, Italien und so, die funktionieren hier. So, aber was ist das Entscheidende? Eins dieser drei Länder muss ein Land sein, was steuergünstig ist. In diesem Land bist du steuerlich registriert. Dort reichst du eine Steuererklärung ein. Dort hast du eine Steuernummer, dort bekommst du ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat. In meinem Beispiel, in meinem Video damals, hatte ich hier Malta vorgeschlagen. Aber es gehen auch Orte wie zum Beispiel Dubai. In Malta hast du keine Anwesenheitspflicht, vor allen Dingen nicht mit dem HNBI-Status. Du musst ja dort allerdings eine Wohnung ganzjährig mieten. In Malta sind ausländische Einkünfte steuerfrei. Du zahlst also 5.000 Euro Pauschalsteuer. Dann bekommst du eine Ansässigkeitsbescheinigung. Du reißt eine Steuererklärung ein. Du hast eine Steuernummer. Damit bist du in einem EU-Land ansässig. Damit hast du eine Steuererklärung, die du nachweisen kannst. Man kann online Nachweise dafür finden, dass Auslandseinkünfte in Malta steuerfrei sind oder ein Steuerberater. Dort kann es bestätigen oder Rechtsanwalt. Das heißt, hier hast du also dann genug Nachweise in der Hand, die du der Bank präsentieren kannst. Also hier ist mein Hauptwohnsitz, hier bin ich steuerpflichtig, hier habe ich eine Steuernummer, hier zahle ich Steuern, 5.000 Euro im Jahr. Das ist ein glaubwürdiges Land. Es ist in der EU. Und jetzt kommt das Wichtige. Das ist das Einzige, was du der Bank kommunizierst. Du sagst der Bank natürlich auf keinen Fall, naja, ich bin eigentlich digitaler Nomade und ich tingle da durch die Welt. Ich habe da Wohnsitze in verschiedenen Ländern und halte mich mal da mal dort auf. Wenn du das machst und wir hatten Mandanten, die haben das gemacht, dummerweise, da wurde das Konto sofort geschlossen. Das heißt, niemals darfst du hier bei der Bank Unsicherheit erzeugen, wo du steuerpflichtig bist, wo du dich aufhältst. Damit drehst du dir selbst einen Strick. Also betreffend Andrew Henderson gehe ich davon aus und ich meine mich zu erinnern, dass er das in einem seiner Videos erzählt hat. In Malaysia hat er das sogenannte My Second Home Visum. Darüber haben wir auch schon hier gesprochen. Damit darfst du dann in Malaysia leben bis zu zehn Jahre. Kannst du auch erneuern. Du zahlst auf ausländische Einkünfte in Malaysia keine Steuern, hast aber eine Steuernummer in Malaysia und kannst Malaysia dann als Wohnsitz angeben. Auch Malaysia hier ein Top-Land, hat eine gute Reputation, ist seriös. Ich würde sagen, dass Malaysia das einzige Land ist, das Andrew Henderson hier gegenüber seiner Bank als Wohnsitzland angibt. Er wird hier nicht über Georgien sprechen. Er wird hier nicht über Kolumbien sprechen. Jedenfalls nicht, wenn er mit einer internationalen Bank zu tun hat. Das heißt also, Frank, es ist absolut notwendig heutzutage, dass du eine funktionsfähige Adresse hast. Du brauchst eine Adresse, wo du eine Steuernummer hast. Du musst zeigen, dass du eine Steuererklärung eingereicht hast. Du brauchst die üblichen Adressnachweise, also wie gesagt Strom, Gas, Wasserrechnungen oder eben eine sonstige belastbare Dokumentation. Wenn das in dem Land, wo du dich gerade auffällst, wo du gerade lebst, nicht möglich ist, dann muss ich dir leider sagen, dass du in einem anderen Land einen entsprechenden Wohnsitz etablieren musst. Etwas zu kaufen halte ich jetzt absolut nicht für notwendig. Man kann ja vielfach auch relativ günstig mieten. Aber das ist natürlich absolut entscheidend. Ohne das wird es heutzutage in der Welt mit Banken leider nicht mehr funktionieren. Vielleicht noch ein kurzes Beispiel hier aus der Beratungspraxis. Ich hatte vor kurzem mit einer Mandantin gesprochen. Sie hat in Deutschland alles aufgegeben, alles verkauft und hat sich dann drei Immobilien in drei Ländern gekauft. Eine in Nordzypern, eine in Dubai und eine in Panama. Sie hat ihr Konto in Lichtenstein gehabt. Dieses Konto hatte sie schon eröffnet von Deutschland aus und sprach dann mal mit ihrem Banker in Lichtenstein zu diesen drei Ländern. Zunächst mal sagte sie, was wäre, wenn ich jetzt hier von Deutschland nach Nordzypern umziehen würde? Wie würden Sie als meine Bank reagieren? Was denkst du, was der Banker gesagt hat? Er hat gesagt, leider müssen wir die Geschäftsbeziehung beenden. Was wäre mit Panama? Wenn ich also nach Panama umziehen würde, in Panama meinen Wohnsitz habe, wie würden Sie als meine Bank reagieren? Sagt der Banker, naja, Panama ist auf der schwarzen Liste der Steueroasen der EU. Lichtenstein ist im EWR und ist damit auch gebunden an solche Listen. Also leider müssen wir ihr Konto schließen. So, da hat sich dann bei unserer Mandantin natürlich ganz schnell ein sehr beklemmendes Gefühl eingesetzt. Also ganz vorsichtig fragte sie dann so, und was wäre, wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, dass ich in Dubai wohne? Da sagt der Banker, Frau Meier, dann würde ich Ihnen ganz herzlich gratulieren. Dubai ist eine tolle Stadt. Gerne machen wir natürlich auch Business weiter mit Ihnen, wenn Sie in Dubai leben. Ja, also ganz wichtiger Punkt, wenn du ins Ausland umziehen willst, mach dir ja vorher Gedanken darüber, wie deine Bank reagieren wird und vor allen Dingen kommuniziere korrekt mit der Bank. Die Bank will keine Experimente. Die Bank will Sicherheit. Du weißt sicherlich, dass die Banken hier horrende Strafen bezahlen müssen, wenn sie hier bei der Compliance schlampen und schludern. Daher musst du der Bank hier dich selbst in einem rosigen Bild präsentieren. Alles andere wird nicht funktionieren. Lieber Frank, ich hoffe, dir damit geholfen zu haben. Mein Tipp an dich nochmal, besorg dir irgendwo einen Wohnsitz, der belastbar ist gegenüber den Banken. Alles andere wird auf Dauer leider nicht funktionieren. Bei den Banken in Singapur, aus meiner Sicht, sind die Länder in Asien ehrlich gesagt am besten. Dort wirst du es am einfachsten haben. Ansonsten möglicherweise die Bank wechseln, aber auch bei einer anderen Bank wirst du ohne diese Nachweise nicht viel weiter kommen. Also, wie gesagt, wenn auch du eine Story hast, wenn auch du gerne möchtest, dass wir hier etwas in einem Video besprechen, dann lass es uns wissen. Ich freue mich auf deine Vorschläge. Wenn du noch Tipps hast für Frank, dann poste sie bitte hier in den Kommentaren. Frank wird sehr dankbar sein. Ich bin auch dankbar. Eure Kommentare sind unendlich hilfreich für unsere Community. Erfahrungsberichte, das ist das A und O. Diese sind so wertvoll für jeden, der in der gleichen Situation ist und auch im Ausland sich etablieren möchte. Wenn generell das Thema Banking, Umziehen ins Ausland und die Themen, die wir hier besprochen haben, auch für dich ein Thema sind, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten genau bei diesen Themen, Auswandern, Vermögensschutz im Ausland, Konten im Ausland zu etablieren, neues Vermögen aufzubauen, Vermögen international zu diversifizieren, Unternehmen zu gründen etc. pp. Ich würde mich freuen, auch dich als Ball zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei. Reisdorf aus. Untertitelung des ZDF, 2020